Herzlich Willkommen in meinem YouTube-Kanal bei Kammerjäger Profi. Mein Name ist Mani und heute habe ich eine kleine Fortsetzung von meinem letzten Video, wo es um Flöhe ging. In diesem Video habe ich euch sehr sehr viel erklärt, wie man zu Flöhe kommen kann. Und jetzt bekommt ihr einen wichtigen Tipp, wie ihr selbst feststellen könnt, ob ihr tatsächlich Flöhe habt oder nicht. Ich hole jetzt ein klein wenig aus. Jeder kennt zum Beispiel einen Flohmarkt. Wie der Name ja schon sagt, Flohmarkt hat aber nicht die Bezeichnung, hier gebrauchte Antiquitäten oder Möbel zu kaufen, sondern hatte früher tatsächlich den Ursprung, dass hier gebrauchte Klamotten gekauft worden sind. Und folglich haben die Menschen nicht nur gebrauchte Klamotten gekauft, sondern auch Flöhe. Generell war frühes im Mittelalter das Jucken an der Haut oder irgendwelche Insekten und so weiter normal. Aber auch frühes hat man sich Gedanken gemacht, wie kann ich denn tatsächlich Flöhe erkennen. Und nun da gibt es einen ganz einen einfachen Trick. Ich verrate jetzt ein klein wenig. Flöhe gehen auf Wärme und sie gehen auf Licht. Das heißt, wenn du einen Suppenteller nimmst und du nimmst in den Suppenteller vielleicht so fünf Millimeter Wasser rein und setzt in der Mitte ein Teelicht. Du zündest das Teelicht dann an und stellst den Teller mit dem Wasser mit der brennenden Kerze auf den Boden. Keine Angst, es kann nichts passieren, weil um die Kerze ist ja Wasser. Das ist ganz wichtig, dass du das nachts machst, wenn es draußen dunkel ist. Weil so werden die Flöhe vom Licht angelockt und zusätzlich von der Wärme. Das heißt, der Floh springt zur Wärme bzw. ins Licht, kommt aber aus dem Wasser nicht mehr raus. Und am nächsten Tag kannst du ganz leicht feststellen, ob du tatsächlich Flöhe hast oder nicht. Denn der müsste dann im Wasser sein. Wir haben das schon bei sehr, sehr vielen Kunden ausprobiert. Wir haben diese Tipps schon sehr, sehr vielen Kunden gegeben mit einem grandiosen Erfolg. So leicht kannst du selbst zu Hause feststellen, ob du Flöhe hast oder nicht. Oder beziehungsweise ob du einen professionellen Kammerjäger brauchst zur Beseitigung oder nicht. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine flohfreie Zeit. Bis bald, euer Manne. Danke. Ciao. Ciao.